Ich bin der Gero Kaulwass. Ich bin beim Steen und beim Christian auf einem Regressionsseminar gewesen. Das war sehr gut. Es gab eine Live-Demonstration und hinterher wurde diese dann genauer leuchtet und die Techniken, alles wurde durchgegangen. Ich kann das nur empfehlen, weil in Deutschland bei den meisten Ausbildern dieses Thema einfach zu kurz kommt.